Kennen Sie die Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen? Heute war sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor Ort. Aber nicht wegen des Bieres, sondern wegen dem Klimaschutz. Grafenhausen. Ein Polizeiaufgebot. Bodyguards in schwarzer Kleidung und fette Autos waren heute auf dem Gelände der Staatsbrauerei Rothaus nicht zu übersehen. Am Montag, den 19. September 2022, war prominenter Besuch aus der Landeshauptstadt Stuttgart in Grafenhausen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kam allerdings nicht wegen des Bieres in den Schwarzwald, sondern wegen dem Klimaschutz. Der grüne Landesvater Winfried Kretschmann wollte am Montag mit dabei sein, wenn eine neue Photovoltaikanlage der im Jahre 1791 gegründeten Staatsbrauerei Rothaus in Betrieb genommen wird. Wie mehrere Medien bereits berichteten, wird die auf 1000 Höhenmeter liegende landeseigene Brauerei bis 2030 klimapositiv produzieren. Ja, richtig gehört bis 2030. Es soll dann mehr klimaschädliches CO2 kompensiert als verursacht werden. Diese Überkompensation hat einen positiven Effekt auf das Klima. Wie bereits der grüne Finanzminister Daniel Bayas im Frühjahr gesagt hatte, unterstützt das Land den Klimakurs der Brauerei. Rund 40 Millionen Euro an Investitionen sind in den kommenden Jahren geplant, die aus eigener Kraft der Brauerei finanziert werden sollen, hieß es. Der Betrag fließt unter anderem für die Photovoltaikanlage mit 9000 Quadratmetern Fläche. Der Betrag fließt unter anderem für die Produkte. 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 Vielen Dank.